Blau Forrest, wo soll ich hin? Oh Gott, ich muss laufen. Sprünkt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da mir ist irgendwas. Lauf in den Dschungel. Ich lauf in den Dschungel. Ach du Scheiße. Im nächsten Augenblick war sie ihm in das Loch gesprungen. Okay. Ach, schön, Deutsch. Oh Gott, das ist der kleine Scheiße. Auf die Kreditkarte meines Vaters und auf meine. Jo, jo, jo. Mm-hmm, mm-hmm. Adjacent. Ich bin echt, ich bin echt gespannt. Springt aus Flugzeugen raus. Fliegt wie Vögel. Oh, da ist er ja, oder? Nehm ich der? Oder ist das der Bösewicht? Das ist ein geiles Handy. Also, den haben wir hier. Grand. Und Jason. Das Kalifornien? Hm? Ich hoffe, dass Mama und Papa euch sehr, sehr lieb haben. Weil das Weißbrot echt teuer aussieht. Und das ist richtig gut, denn ich mag teure Sachen. Sorry, was sagst du? Was sagst du? Sag mal, willst du, dass ich dich aufschlitze wie dein Freund? Halt jetzt dein Maul! Okay. Ich bin der mit dem Scheißschwanz. Okay. Guck mir schon direkt in die Augen. Ey, du sag, guck mir in die Augen. Du behörst mir. Das ist mein verficktes Reich. Halt dein Scheißmaul! Oder du stirbst. Was hieß Jason? Jason, was ist los? Warum lachst du nicht mehr wieder oben? Macht das keinen Spaß mehr? Bin ich dir nicht unterhaltsam genug? Weißt du, die Sache ist die. Da oben, dachtest du, du hättest deine Chance. Weit oben, am verfickten Himmel, dachtest du, du hättest den Finger am verpisten Abzug. Aber, Hermano, hier unten? Hier unten. Grafik sieht gut aus, ne? Sehr gut eigentlich. Ist das vorbei? Ist okay, ist schon gut. Ich reg mich ab. Ich chill. Weißt du, du, moi und dein verfickter Bruder. Wir werden viel Spaß haben, während wir das Geld waren. Mach den Geisern keine Angst. Du musst dich um die Abgelehnten kümmern. Ich hoffe, dass ihr zwei nutzlosen Ficker und erhaltsamer seid als eure Freunde. Da da. Bye bye. Du fährst da auch immer wieder drauf rein. Okay. Ich bin also der Typ hier. Ich hab eigentlich immer gedacht, bei Far Cry 3, ich bin dieser Typ, der mich grad bedroht hat. Gut, und wie soll ich jetzt, ich soll jetzt hier entkommen, oder was soll ich machen? Oh. Er hat sich gleich mal losgemacht. Ich gehe kein Pisser. Ja, da können wir doch gleich über das Dach aussteigen, würde ich mal sagen. Ich glaube nicht. Wir müssen die anderen finden. Wie? Ich arbeite dran. Ruf die Wache. Ruf die Wache. Tu es. Hey, komm mal her. Oh oh. Oh oh. Alter, die Fresse, klar? Scheiße. Okay. Mann, Alter, der ist tot. Okay. So was bringen sie dem in der Armee bei. Der ist tot? Und ein bisschen Kopf ans Holz klopfen? Na gut. Folge mir. Ich folge dir, Bruder. Brother. So. Folge Grant, lass dich nicht erwischen. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße. Bist du okay? Ja, ja, alles okay. Bleib ohne. Ich bleib unten. Mhm, 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 mhm. Ach du Scheiße. Die Entdeckungsanzeige erscheint, wenn dich Gegner sehen können. Ach was. Sie fühlt sich langsam, wenn dich Gegner allmählich entdecken? Oder was stand da? Neues Tutorial. Entdeckungsanzeige. Soll ich das mir jetzt angucken hier? Entdeckungsanzeige. Okay, ja, hab ich verstanden, wie das funktioniert. Oh Gott, hier sieht's ja aus, Alter. Der ist ganz schön schnell unterwegs, Alter. Ich kann gar nicht so schnell ran. Okay, was gibt's hier? Krieg ich auch noch Waffe? Feuerzeug, Tablet, Telefon, Handy, Karte. Und ne Waffe hab ich nicht, ne? Ja, super. Ich brauch doch auch ne... Ich glaub, hier waren ein paar mehr Touristen, ne? Alter, was? Mann, der Typ steht uns im Weg. Wirf einen Stein darüber. Okay. Ein Stein? Wie geht das? Wirf einen Stein, um Gegner oder Tiere abzulenken. Ich dachte, ich kann da zielen, Alter. Der wirft ihn direkt, ey. Gut, dass ich nicht auf den Typen gezielt hab. So, einmal rein da. Das ist ein Killer. Das ist ein Killer, Alter. Oh Gott, ich kann das nicht, Grant. Jay, 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 sieh her. Ich kann Lisa und Riley und die anderen ohne dich nicht finden. Also reiß dich zusammen. Okay? Okay. Tut mir leid. Okay, ich reiß mich zusammen. Ich lache. Oh Gott, das sind echt viele, Mann. Ach du Scheiße. Das ist ne Touristen... Das ist ne Touristen-Hochbrug. Junge, hoch da. Wo ist denn der Typ? Wo muss ich denn hin? Ach da. Okay, ich hab's geteckt. Los, 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 los. Ab ins Grünzeug. Versteck dich im Gebüsch, damit unterbrichst du den Sichtkontakt zum Gegner. Durch Verstecken fernst du, entdeckt zu werden. Und so sehen die mich nicht, oder was? Ja, moin. Willst du immer so werden, ne? Locke die Wachen vom Ausgang weg. So, ich muss dann wieder den hier drücken. Ich hab da was gehört. Ich geh da mal hin. Ach so. Ja. Die sind doch jetzt weg, oder? Ich dachte, ich hätte was gehört. Das kam von da drüben. Hm. Ja, muss ich da auch einen hinschmeißen? Ich weiß es nicht. Was ist denn das? Oh, oh. Ich glaub, die müssen beide da rüber, oder? Ich glaub, die müssen beide da hin. Das ist ja gar nichts. Na, gehst du jetzt auch da hin? Freundchen? Noch ein Stück. Noch ein Stück. Vorsicht. Jetzt los, geh mal. Okay. Wir gehen. Okay. Okay. Alter, ich bin hier voll in der Hölle, ey. In der Hölle... In der Urlaubshölle angekommen. Hm. Ja, die sind wahrscheinlich alle unschuldig. Die sind nur irgendwo im Urlaub gewesen und jetzt sind sie in der Hölle gelandet. Junge. Okay, Checkpoint erreicht. Blind springen? Was haben die schon wieder angestellt? Wir befreien die anderen. Und dann geht's nach Hause. Oh Gott, ich muss, muss ich gedrückt halten? Tja, durchhalten ist so ein Ding, ne? Tja. Lauf, Forrest, wo soll ich hin? Oh Gott. Ich muss laufen. Sprün. Ah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hinter mir ist irgendwas. Lauf in den Dschungel. Ich lauf in den Dschungel. Ach du Scheiße. Okay, 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 okay. Ich seh nix. Wo bin ich? Immer noch im Dschungel. Ui. Okay. Checkpoint. Ach du Scheiße, weil da geht's. Die wollen mich killen, die wollen mich killen, Alter. Springen. Ja, wir sind halt immer noch im Tutorial, ne? Wo mir alles gezeigt wird. Alter, ist da ein Hubschrauber oder was? Kletter an den Pflanzen hoch. Alter, die ballern mich hier voll ab, ey. Ich laufe durch den Dschungel, immer noch. Ich muss frei, indem die anderen finden. Bitte lass sie am Leben sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell drücken. Ich hab ihn. Uff. Huch. Da hab ich erst mal so nen Typen gekillt. Ich dreh durch, ey. Ah. Also irgendwie sind immer noch welche hinter mir. Überquere die Brücke. Ja. Freund oder Feind? Okay, das sind Feinde. Die haben mich gefunden. Erstmal bin ich mit nem Hubschrauber hier unterwegs. Ubisoft präsentiert. 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 Wo bin ich? Wo bin ich? Far Cry 3 Classic Edition. So ein geiles Spiel. Achtung, du kannst eine Trophäe fassen. Kann man nicht. Welche Trophäe sollen verpasst sein? Oh, ich hab eine bekommen. Erstes Blut. gathered. Dr. Weissel Foto. Der Jahrh mejor. Der Jahrh % Du weir.